die januar miete von mir aus nur eingegangen ist dann vielleicht erst im februar wie verbuchen wir das denn das ist das worum es sich jetzt hier drehen soll und da habe ich euch ein bisschen was mitgebracht aufwendungen und erträge müssen in dem jahr achtung erfolgswirksam gebucht werden in das sie bei einer wirtschaftlichen betrachtungsweise auch hineingehören das bedeutet nichts anderes als für die januar miete ist es im grunde was eine bilanz angeht wenn das geschäftsjahr auch gleichzeitig das das kalenderjahr ist im grunde dann ja auch egal ob es im januar oder im februar kommt anders sehe es aber schon aus wenn zum beispiel die dezember miete erst im januar eingehen würde denn dann würde ja die miete im grunde ins letzte jahr gehören während das geld aufs konto erst dieses jahr kommt also es muss dann so betrachtet werden als wenn die miete im grunde im dezember schon eingegangen wäre also dahin in diese periode wohin es gehört betriebswirtschaftlich gesehen wenn nachträgliche zahlungen erfolgen also da haben wir unser beispiel mit der dezember mieter dann muss der mietaufwand für den mieter natürlich trotzdem ins alte jahr gebucht werden ähnlich sieht es dann im grunde auch für den vermieter aus wenn vorauszahlungen geleistet werden ergibt sich natürlich logischerweise schon das gleiche umgekehrt denn wenn die januar miete schon im dezember des alten jahres gezahlt wird muss natürlich gebucht werden ins neue jahr denn da ist ja die tatsächliche aufwendung dann auch da wenn ich die januar miete überweisen möchte